Vajra-Yoga-Mudrasana ist eine einfache Variation der Yoga-Mudra-Stellung aus dem Fersensitz. Aus dem Fersensitz heraus falte die Hände hinter dem Rücken und dann beuge dich nach vorne. Gib die Stirn dabei auf den Boden. Du kannst dabei entweder die Hände direkt hinter dem Rücken lassen oder die Arme nach oben heben und so die gefalteten Hände Richtung Decke zeigen lassen. Yoga-Mudrasana bedeutet das Siegel des Yoga. Yoga heißt Einheit. Yoga heißt auch Verbinden. Yoga-Mudrasana soll heißen, du machst eine Stellung der Einheit. Du verbeugst dich und willst damit eins werden mit Himmel und Erde. Die Tiefe deines Wesens ist identisch mit dem Himmlischen und auch mit der Tiefe der Erde. Vajra-Yoga-Mudrasana kann dir helfen, diese Verbindung und Einheit zu erfahren.